Hallo meine Lieben, ja, herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Ich wurde gefragt, ob ich Probleme hatte in Deutschland am Flughafen bezüglich fehlendem Corona-Test oder Corona-Test oder hin und her. Ich bin einfach aus dem Flieger raus. Ja, ganz normal durch die, ganz normal durch die, äh, na, sag schon, Ausweiskontrolle. Dann, ähm, zum Gepäckband und nachdem ich meinen Koffer hatte, wie gesagt, durch die, ähm, durch die roten Zollkanal, weil ich eine Stange Zigaretten mehr mit hatte, keiner wurde nach einem Corona-Test hier gefragt. Am Flughafen nicht. Ja, es soll so ablaufen, dass man wohl, wenn man einen Corona-Test hat, positiv oder negativ, diesen, ähm, beim Ordnungsamt bzw. beim Gesundheitsamt einreichen soll. Warum schlafende Hunde wecken? Niemand von denen, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber niemand von denen wird wohl mitkriegen, dass man überhaupt, äh, ja, im Ausland war. Wie auch bei der, bei der Türkei-Anreise musste ich einen Zettel ausfüllen, ob ich irgendwie mit Corona-Kranken oder wie auch immer Kontakt hatte, ob ich in irgendeinem Land war, was, äh, Risikogebiet ist oder sowas. Auf dem Rückweg hat das keinen Menschen wirklich interessiert, bis jetzt zumindest nicht. Dann kam die nächste Frage, wie möchtest du in der Türkei leben? Möchte ich nicht unbedingt was zu sagen, weil ich finde, das ist noch ein bisschen, ein bisschen viel Privatsphäre. Auf jeden Fall ist es so, ich werde dort nicht verhungern, ich habe mein Geld. Und, ja, meine Arbeit wird da auch, wenn ich was machen sollte, online-mäßig etwas sein. Also jetzt nicht Callcenter oder so, sondern ich werde da schon ein wenig für mich sorgen. Ich bin noch nicht im Hartz IV, obwohl es, glaube ich, hier die Behörden gerne hätten. Ich habe ein Schreiben gekriegt, ja, dass mir das Arbeitslosengeld erstmal abgelehnt worden ist, weil ich krankgeschrieben bin. Ich kontaktiere jetzt einen Anwalt, mir ist das ganze Paragrafengedönse hier in Deutschland einfach ein bisschen zu hoch. Und wir haben dort einen guten Arbeitsrechtler in Braunschweig, Rechtsanwalt Löwenrecht, nennt sich so. Aber bei dem soll das wohl alles total schnell und alles fix gehen. Ja, was war noch? Oh, Alexa nervt. Alexa, stopp. Ja, was mich mal interessieren würde, funktionieren die Alexas denn auch in Antalya und Alanya? Oder zumindest in der Türkei, wenn man sie dort mit dem Internet verbindet. Das sind so Sachen, die werde ich da noch rausfinden. Für euch kein Thema, wo war ich stehen geblieben? Mit dem Thema Rechtsanwalt. Genau. Also ich werde da jetzt einen Anwalt einschalten, weil man kriegt hier tausend Briefe. Die wollen so viele Sachen wissen und im Endeffekt wird irgendwas abgelehnt. Lass den Anwalt machen. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung drauf geschissen. Wie die Bayern so schön sagen. Ja. Heute habe ich noch einen schönen Termin. Das ist aber noch alles geschuldet durch meine Arbeit und so weiter. Bei einer Psychoklinik, ADHS-Testung. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ja. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass es alles durch den Stress hier in Deutschland geschuldet wird. Man buckelt sich hier kaputt. Irgendwann rächt sich alles, der Körper und hin und her. Und ich möchte hier einfach wirklich nur noch weg. Ich möchte hier einfach nur noch weg. Weil man sich hier für jeden Scheiß rechtfertigen muss, ja. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Vielleicht klappt es auch früher. Mit dem Auswandern noch etwas früher, als ich denke. Weil ich habe hier echt keine Nerven mehr. Das ist halt das Schöne in der Türkei. Du hast da keinen Stress. Du kriegst keine Briefe. Dich nervt keiner großartig. Und wie gesagt, hier kommst du nach Hause. Ja, ich habe mir auf die Zunge gebissen jetzt. Und hier kommst du nach Hause, machst den Briefkasten auf und hast einfach nur noch Müll da drin. Ja, und einerseits heißt es, ja, sie müssen das beantragen und hin und her. Und dann beantragst du das. Und dann wirst du abgelehnt. Jetzt ist das Thema Krankenversicherung natürlich ganz groß. Muss ich mich selbst versichern oder nicht? Muss ich vor meiner Abfindung leben oder nicht? Nein, das werde ich nicht. Ich werde jetzt einen Anwalt einschalten, der soll für mich dann tätig werden. Und gut, ich sehe aus wie ein Penner, Alter. Ich muss mich mal wieder rasieren. Haare schneiden. Ja, das sind die alltäglichen Probleme hier in Deutschland. Das ist das, worauf ich überhaupt gar keinen Nerv mehr habe. Ja, das wird vielleicht in der Türkei am Anfang genauso sein. Strom anmelden, Wasser anmelden, Führerschein umschreiben. Ah, ab und zu Führerschein sind da. Ich muss noch zur Schule, zu meiner alten Schule und mein Zeugnis beantragen. Abschlusszeugnis, weil es ja heißt, dass man seinen Führerschein nur von einem Deutschen oder Türkischen umtauschen kann. Und ein Zeugnis dabei haben muss, damit man auch beweisen kann, dass man lesen kann irgendwie. Aber dafür habe ich jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen Zeit. Okay, Leute, wie gesagt, bleibt mir gewogen. Gebt mir ein Abo, Daumen hoch, runter. Ich bin jetzt schon über die 200. Ich bin euch super dankbar dafür. Es macht mir Spaß. Auch ein bisschen Aufklärung. Ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen. Was ist gerade aktuell, was sind Probleme, hin und her. Ja, ich möchte mich erst mal bei euch bedanken, dass ihr wirklich schon so zahlreich hier seid. 50 Prozent, etwas über 50 Prozent der Leute, die Videos angucken, sind noch keine Abonnenten. Könnte man ja ändern. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Montag. Bleibt mir gewogen. Bleibt gesund. Man sieht sich und bis später. Bye, bye.